Wir steigen in den Städten mit den Niedern. So, die in den Städten sind immer noch auf den Segen. Hinterwärts am Morgen. Noch ein Wort. Schauen wir uns, wie das Körbe ist. Immer wenn wir das Spiel aufkommen. Wir ziehen den Handkopf zum Schulter. Einst du mit dem Speed, das ist die Niveau. Das ist die Niveau. Wir ziehen die Niveau auf der Backrest. Vor der Niveau. Vier Mal. Zwei Mal. Und wir wollen den Untergang halten. Zwei, zwei, drei, drei. Zwei, drei, drei, drei. Zwei, drei, drei, zwei, drei. Vier Mal, auch noch. Vier Mal. Zo máximo, dass Sie wieder einmal auf der Sakkopf als hätten? Da 시청 Einselst du auf der dritten Seite. Ja. Und gleich noch mal 8, 7, 8, 7, 9, 2, die beiden machen weiter. Und wieder nach einem Kurs, hoch, tief, hoch, tief. Und noch ab. Und noch wieder. Und wenn wir das Schirmackerschwelle nehmen, nehmen wir also von den Armen, den wir wieder. Hier, wieder tief. Weitere die K reparieren hier. Aber das ist jetzt schön. Wollt man das machen, das ist auch der Rakentagsbund Kick. Ein Kumpelsorgang, das wird auch noch. 1, 2, 3, 6, 4, 5. Und wir schaffen hier 14, 5 Vers. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4. Einmal. Die Seite der Fingerpiste. Hopp. Das bleibt noch nicht. Ab nach dem Arm. Ein. Sieben. Sieben. Und. Nach dem Arm. Super. In den Arm. In den Arm. Legen Sie den Arm. In den Arm. Wir stehen in den Arm. Und machen jetzt. Squat. Mit Seitenwärts. Okay? Um immer zu viel nachzunehmen. Gewicht auf den Fersen. Tief und hoch. Ein runtergehendes Gewicht auf die Fersen verlangern. Die Finger ausheben. Ausheben. Achtbar. Das ist sozusagen die Basic-Version. Sie werden hier immer zurückkehren. Hört. Vier. So. Wer möchte? Die eine andere Aufhebung. Rechts zu stunden. Wechslung. Jetzt langsam runtergehen. Schieße besser aus. Drehst du mal runtergehen. Schneller werden rennen und öffnen. Vier Mal. Machen Sie sich groß. Kurs, körper. Und jetzt gehen wir noch tief in die Ruhe. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Halt. Heben auf den Knie ausdrücken. Viermal noch. Drei noch. Zwei noch. Einmal noch. Einmal noch. So. Jetzt drei mal tief. Drei. Drei mal drücken. Nase runter. Und einmal hoch. Fest die Knie noch ausdrücken. Vertrage durch. Und ab. Viermal noch. Drei mal noch. Die letzten zwei noch. Viermal noch. Kein Zahn. Viermal noch. Und jetzt einfach noch tief gehen. Drei mal hier. Ziehen die Zehen schon ein bisschen. Und schauen, ob es auch strecken wird. Und noch. Sieben. Warte. Und zum Morgen. Und hier kommen wir hoch. Und noch mal raus. Gehen ein bisschen. Sehr schön. So. Hinze. Wir nehmen uns das Knie. Halt. Halt. Und wir nehmen uns das Knie. Halt. Und wir nehmen uns das Knie. Halt. 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 1. Halt. Okay. Jetzt werden wir uns das Knie machen. Und падen. Voi. Voi. Zacks enlightenment, wie der Wach he ist. Zacks거든요. Und vici Rinde. И Schl Haus. Jetzt ist es wichtig, dass das Gerberband, wenn die Hände vorne sind, nicht nur trägt. Achtmal. Also wenn beide Hände vorne sind, sollte das Gerberband nicht nur trägt. Es sollte aber auch nicht mehr so aus dem anderen Gesunde sein. Es sollte locker aus unserem Gerber und Körper sein. Wir ticken zur Seite. Und wir strechen alle Hände noch ganz aus. Und in der zweiten Masse, den wir jetzt unterziehen. Die ganze Bewegung machen wir deutlich unter den Schultern. Noch acht. Sieben. Hände vorne. Noch vier. Noch zwei. Zwei. Und jetzt klicken wir nach hinten. Wieder noch. Genialig streiten. Den wir tief in die Runde setzen. Zwei. Kicks mit der Bärse zurück. Zwei. Tausende Götenspannung. Hünfen Brustvertretung. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Neun. Noch zwei. Super Leute, denn das marschieren wir. Zwei. Und jetzt kippeln wir eine Hand und eines aus. Ganz ausstrecken. Minimal beugen. Und jetzt schaffen wir. Noch acht. Zwei. Noch vier. Und geschafft. Stopp. Leute noch lassen. Sehr gut. David, ich habe einen Tag. Hinten Hinten. Das herrschen zu müssen. Hinten. So. Es bleibt nichts anderes. Dann werden wir auf sicheren Zauber alle schweren Sachen da weglegen, das sind die Hand Sachen, die Hand auf die Bühne, Fuss, und dann gehen wir auf die Bühne und dann gehen wir so, drücken die Fertigen hoch, wie es braucht, und dann machen wir das übergezogen, einfach die Runde hoch. Okay, wir machen das acht, drei, sechs, zehnmal. Also wir berühren die Matte nicht, aber wir wollen jedes Mal sicherlich hochgehen. So, jetzt versuchen wir das hintere Bein. Und dann werden oben gehen wir hier auf der Grenze. Und wir werden tief in unseren Bühnen so ziemlich weit. Ja, das geht vorne an der rechten Perse. Und wenn euch diese Konzentration so viel wird, könnt ihr ganz einfach ohne dieses Bein im Produktiv und oben. Okay, super. So, jetzt halten wir hier noch 16 Minuten. Bleiben aufrecht. Das Gericht kommt auf der rechten Perse. Noch acht. Noch vier. Und das haben wir schon geschafft und wir schneiden drüber. Okay, das ist super. Sehr gut. Gar nicht schwer. So, jetzt machen wir die Arme. Drei Jahre. Stellen wir uns wieder an diese Position. Nehmen wir uns vor. So ziehen wir die Bein. Beide Arme. Fest auseinander. Und die Schulterblätter fest zusammen. Schnell hoch. Langsam tief. Rückenstrecken. Oberen Rücken. Noch acht. Wir gehen auch hier ein bisschen schneller hoch. Langsam tief. Noch vier. Noch zwei. Noch zwei. Jetzt drücken wir beide Arme am Schluss bei. Und halb kurz. Ja und dahinter rechts. Der fällt ja schon recht. Ja, der hatte schon den Ausfallschritt. Und jetzt auch noch das. Jetzt haben wir noch sechs. Wieder kommen wir wieder an. Und die Arme runter. Echt an. Und die zwei. Wart. Beide und große auseinanderziehen. Mit der Handel. 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 Ganz locker. Und jetzt sind die letzte. Acht. Acht. Mit der Handel. Sieben. Los. Viermal. Zwei Mal. Sehr gut. Und stopp. Untersteigen. Aus dem Acker. Wir müssen die Beine zurückbezogen. Super. Langsam. Sehr gut. Untersteigen. Ängst. Handel runter. zweite Seite. Wir müssen die Beine auf. Und dann geht's gleich an. Herzigen. Sechze nach. Der Knie ist wieder starker. Die erste Hälfte ist in der Mitte. Und das macht ihr 8x. Die blenden Schulheizkirchen und die 10 Schmissen ganz leicht hoch. Hilft das Gewicht von einer eher gesagten Felsen zu halten. So, let's hear your T-Fon-Fo. T-Fon-Fo. Meise it up. Die sind wieder die Hälfte und der Klaasen. Sie sind wieder in die Klaasen. Okay, let's hear your T-Fon-Fo. Ah, T-Fa-R-O. T-Fa-R-O. Zwei, drei. Und jetzt machen wir uns kurz. Wir legen uns auf. Vorne das Bild auf der Gärse. Noch ab. Noch wieder. Super Leute, ich verstehe mich noch. Und eben Leute, wo wir machen? Wir sind quasi vor dem Mobilabon. Und wir sind jetzt. Es zeigt, dass unser Training der Hinsesmucker abkommt. So, jetzt kommen wir zu. Beide nach oben. Zwei, drei. Zehenspitze. Los geht's. Schneller hochkantzen. Tief. Wir legen uns mal die Schulter. Und jetzt kommen wir zu der Gärse. Zwei, drei. So, jetzt kommen wir zu der Gärse. Wir legen uns mal auf. Acht, zwei. Vier, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Jetzt können wir die Arten ans Großteil. Zwei, vier. Zwei, vier. Zwei, zwei. Stör Anstürt uncomfortable. Zwei. Und jetzt sein Limão und zwei. Zwei, drei. Sechzeh något. Drehzahne, Handfeinde zur Decke. Schau hier, achtmal. Viermal. Schnell hoch und nach tief. Zwei Mal hoch. Und schau, wir schneiden drüber. So weit, dass ihr damit auslösen könnt. Jetzt ruhig noch mal hinlangen. Freut mich, dass es mir immer alles hat. Mehr mehr lebt. Auch für unsere Nachdenzüge. Bis auf unser Leber. Okay. Wir haben die Arme schon. Was uns jetzt fühlt. Eure Schenkel. Seit dem Hüftmuskel. Hebe raus an die Seite. So, alle drei. Arschung, wenn wir das nicht gehen, gleich bis vor. Schreck, Schiff. 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 Diese Tees gehen nach oben drüben, schauen wir nicht, so wissen wir es nicht, das ist fort, ab, vier, drei, nach links, super, ab, vier, einfach nach oben, nach rechts. Nach, 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 nach Nehrenlos, eine Hand, drei Minuten und zwei Minuten, erstmals zwischendurch, zweimal Beine stecken, seitlich gebraucht, als Zwischendurch, ok? Die Hände und die Hände gleicher, hoch, tief, schnell hoch, langsam tief, noch ab, noch wieder, noch seit, zwei, drei Minuten, gut, langsam tief, mit der Wände waschen, langsam tief, nachher, 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 nachher. Mit der Hände und die Hände und was ich Langsar ins Bett Fen du während sind, zwei, eins, eine stora def tadi, warum ist die Hände auf, fünf, kaliber hoch, zehn, neun, noch zwei, aber zweiuno희, undprech, superb Kraft! Das letzte Lückenstehen sind die Veröffentlichung der Zettbeide bis 10, alle unsere Atten, die gut sind, kommen wir weiter, weiter Schritt, los, fest die Knie ausdrücken, aufrecht, zwei, noch, jetzt sind wir gleich noch, acht, 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 sieben, immer die Knie nach außen, links, acht, noch, vier, 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 und immer noch weiß nicht, noch außen, vier, vier, und zum Beispiel, vier, vier, zwei, zwei, acht, acht, und zum Beispiel, noch zwei, sechs, sechs, drei, lang, kurz, acht, sieben, immer noch die Schände, Körner noch die Schände, und dann, noch mehr, Und jetzt kommt die Vorhungsmücken, der möchte, dass du nötig schön gerade warten, nicht nach außenmücken. Auf und drücken noch eine Spannung. Acht. Vier. Dann möchte ich den Kühlschrank verlettern. Achtung. 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 Diesenack-einhalSheik. Achtung. Allenenteil. Wir beitzen.